Ja, das ist der 4, der ist jetzt 7 Jahre alt und für den wird ganz dringend ein Zuhause gesucht. Er kann nicht alleine bleiben, das macht er dann sehr lautstark, er bellt auch, wenn es rausgeht, dann freut er sich sehr, dass es rausgeht und da ist er sehr unbeduldig und so. Ansonsten ist er ein ganz, ganz lieber Kerl, sehr, sehr kinderlieb, schmust gern, ist auch, mich kennt er ja noch nicht, sehr zutraulich und er mag halt keine kleinen Wunde, die sind ihm wahrscheinlich zu zickig bei großen Wunden, denken wir, dürfte es kein Problem sein, das kann man ja gerne ausprobieren, weil er hier und vorne angeguckt werden kann. Er ist halt ein Power-Paket, er ist sehr kräftig, deswegen haben die Besitzer jetzt hier so ein Halti gehabt, damit er besser zu handeln ist, weil die Frau ja hier auch alleine ist jetzt mit dem Hund und es wird ganz dringend, spätestens am 1.11. ein Zuhause besuchen, weil er muss dann leider bis zu 14 Stunden alleine sein und ja, das geht halt nicht so für die Hund bei. Dann wird es sicherlich auch Ärger geben mit den Nachbarn hier, weil er dann zu lange allein ist und Krach machen wird. Ja, also wer Interesse hat an dem tollen Kerl, kann sich dann bei mir melden.